Michael Kerle, heute 7-2 Säge gegen Flutzeuge bedeutet der erste Saisonsieg von Basel Regio. Was hat uns heute besser gemacht? Ich glaube, wir haben gleich zu den ersten Redspielen sehr stark angefangen. Wir haben nicht nur im Moment gebraucht, bis wir in der Motschene zu sein. Jeder hat gefeiert für den anderen. Das war sicher nicht jeder Motschvorfall. Und das hat sicher zum Schluss über alle drei Drittel zum verdienten Sieg gemacht. In dieser Woche, wir könnten noch mehr schiessen eigentlich. Das ist immer noch unser Problem. Auch in diesem Motsch, aber es hat das mal aus einer sauberen Defensive herausgelegt. Du hast es angesprochen. Die Gäste, die man nicht gemacht hat, was kann man für die nächsten Spiele mitnehmen? Ja sicher, dass man die Passqualität hat. Das ist ein grosser Punkt und man muss mich verbessern. Ich weiß nicht, dass der letzte Pass der Welt berupt oder der Punkt noch ein bisschen zu fest. Darum haben wir zum Teil auch die Gäste nicht gemacht. Und natürlich haben wir den Abschluss. Wir haben auch einen guten Abschluss gehabt. Wir haben einfach daneben oder über das Goal zu schießen. Das müssen wir unbedingt unter den nächsten Wochen vergessen. Siebt doch, wir können alle gerne. Herzlichen Gratulation und wiedersehen. Entschuldigung. Ich hoffe daraufhin.